hallo meine freunde mal das wieder am start mission 30 stronghold crusader wir gegen den saladin und den sultan mit einem richard verbindet ja es wurde schon vorgespielt weil ich habe die mission schon gemacht ist die aufnahme kaputt gegangen wie in letzter in der letzten folge erwähnt und ja schon muss uns waren diesmal werde ich anders angehen weil das nicht hatte ihren meiler das tier schon mal gemacht kläglich gescheitert aber nun ja die steinvorräte sind zu knapp seier direkt da in den turm egal was kommen mag tun und ne mangel mangel ist gut also ausbildungsgebäude hier unten hin euer gnaden linus weg belagerungsgeräte berman so hoch da drauf es werden rekruten benötigt sei er nach nur vier matic im laufschritt dann brauchen wir dreimal weizen zweimal hopfen wir haben nicht genügend holz mein lord zweimal hopfen es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten ja eine krise muss jetzt erst mal reichen geht nicht anders hier bauen wir schon mal graben hin holz haben wir nicht genug war klar es werden rekruten benötigt sei er wo will ich auch ein graben haben zwischen will ich ein graben haben der ist aber erst mal wichtiger hier hinten wir haben nicht genügend holz meinung dann habe ich wohl die ansage verpasst wegen dingens vom mensch ihr wisst bescheid dingens vom uns es werden rekruten benötigt sei waffen geschultert bereits eure lordschaft zur stelle auch mit nach oben so müssen wir aufs erholz warten wir benötigen holz wir haben nicht genügend holz mein lord da kann man echt nur zwei hinbauen der wahnsinn eine nachricht vom sultan die gramele sind unruhig sicher ein schlechtes um für euch wo hat sich hier die abdrängung gemacht wir werden überfallen kaufen wir uns noch ein bisschen holz einfach dass hier schon mal ein bisschen was läuft so eine nachricht vom sultan der himmel war den sultan heute nicht gut gesonnen die holzvorräte sind zu knapp natürlich natürlich holz was auch sonst ich gehe mal nochmal weiter schön und sultan immer zappern so es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten vorhin schon wieder die arbeiter vor allem es hat euch eigentlich spaß gemacht da ich hab letzte mission habe ich echt gut schnell ne burg gebaut und äh relativ schnell nicht nur ne burg gebaut sondern halt auch äh ritter gebaut etc also echt ne schöne wirtschaft aufgebaut also mal schauen wir mal wieder schauen wir mal wie ich das mal wieder machen und gucken wir mal wie ich das mal auch wieder mache hier sind kacke brauchen wir da nicht machen wir lieber da nochmal hin Dann eh kein nichts dafür, oder? Dass die im Weg sind für meine Burg. So, ich hatte zwei Tore. Ich versuch mal die Burg wieder dem Nachher zu empfinden, aber die hat echt gut ihren Job. Ich habe die gleiche Flasche gefüllt. Das ist alles, das ist weit rausgebaut. Aber die hat echt gut ihren Job gemacht. Aber ja... Der Berg für ihn ist komplett. Eine Nachricht von Saladin, bei allen Reihen, die ihr kennt. Zu gut für mich. Wieso hab ich denn jetzt? Hast du mich angegriffen gehabt? Ja, wahrscheinlich ist diesmal der erste Angriff, aber ich hab mich jetzt verpackt. Zum Glück. Das wär dann doch schon mal was Schönes gewesen. Aber auch wenn er auf uns gegangen wäre. Wir haben ihn abgewählt. Oder hätten ihn abgewählt, weil sonst kennen die Meldung nicht. Wir benötigen Steine. Jetzt müssen wir wieder auf unsere schönen Steine warten. Wir benötigen Gold. Jetzt müssen wir auf unser schönes Gold warten. Was müssen wir noch alles warten? Was haben wir denn? Plus 2, Plus 2. Wir verlieren ein bisschen Gold bei der Gnaden. Jetzt Zeit für den Burgrauben. Auf jeden Fall. Falls es nämlich dann der erste Großangriff kommt. Ich weiß Gott was wem. Dann kann man den auf jeden Fall schon mal so aufhören. Das ist schon mal ne gute Nachricht. Euer Gnaden? Euer Gnaden? Ich glaube in der letzten Mission hat er mir erst gesagt, dass er glaubt, dass wir verlieren werden. Jetzt kommt die erste Nachricht. Er glaubt, dass wir gewinnen werden. Das ist ja schon mal was. Hört sich ja schon mal im Vieh versprechen. Wir benötigen Gold. Becker rein haben wir auch genug. Waffenproduktion braucht man diesmal einfach nur Schwerter. Wir benötigen Gold. Natürlich. Was auch war uns denn kein Gold, ne? Unsere Schatzkammer lehrt sich. Können wir hier drüben. Können wir hier drüben noch ein bisschen Eisen und zu holen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und da fehlt wieder das Gold. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Jetzt fehlt das Holz. Immer das selbe, das Holz, Gold, Holz, Gold, Holz, Gold, Holz, Gold. Der Rest interessiert ja schon gar nicht mehr mittlerweile. Von daher. So haben wir irgendwas kaputt gepolzt. Einfach mal trocklos polzten die Mangen. Jawohl, wir haben immer noch zu viel. Ach, Böttchen. Es werden Rekruten benötigt, Sange. Wir folgen euch, Herr. Uns Rekruten werden benötigt, was auch sonst. Jetzt haben wir aber mittlerweile genug Gold. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Der Sultan, der ist jetzt echt besser eingeschränkt wie davor. Also das kann man ruhig mal sagen. Der war noch nicht davor. Ich kenn die Gärte, würde ich jetzt einfach nur so sagen. Oh, den haben wir jetzt gut in die Schranken gewiesen. Saladin. Äh. Saladin greift gleich an. Komma, Karpot. Eine Nachricht von Saladin. Wie der Falke den Hasen jagt. So werde ich euch jagen. Ja, dann auf geht's. Es holt noch Manni. Ne, es holt noch kein Manni mehr. Das ist gut, gehen wir mal auf 90 hoch. Darf uns mal jagen, der Gute. Ich kann auch keinen weitermachen. Saladin hat auf uns geholzt. Oder holzt immer noch auf uns, weiß ich jetzt gar nicht. Holzt immer noch auf uns. Wir geben unser Bestes. Balliste, bereit, my love. Balliste, bereit. Balliste, wir geben unser Bestes. Ich hab halt auch schon gewollt. Das kann ich da nicht hoch. Der Kornspeicher ist voll, my love. Ist doch nicht alles zu. Ich hab doch da nicht abwechslend. Der Kornspeicher ist voll, my love. Ich kann es mir noch nicht erzählen. Also das kann er mir nicht erzählen. Gut, das mit der Waffenkammer schon. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Balliste, bereit, my love. Balliste, bereit, my love. Aber... Das hier... Das ist schon ein harter Frosch, den ich zu schlungen hab hier. Ey, hallo. Zu viel verlangt, oder was? Immer diese Drecks-Rekruten, ey. Ich verstehe nicht, woran der... Oder was das für ein Bug ist, dass wir einfach dann aufhören. Weil es ist mir schon sehr oft vorgeguckt, ne? Wenn die Geschwindigkeit höher gedreht worden ist. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich hab's dann irgendwann mal aufgehört. Zu Budden. Immer zu schnurden. Die Waffenkammer ist voll, my love. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich geb dir ja schon mein Bestes. Ich hab' mich in der Beliebtheit, my love. Ich hab' mich in der Beliebtheit, my love. Oh, ich hab' mich in der Beliebtheit, my love. Oh, man, man, man... Bereits, eure Lord'schaft. Komm, mach's kaputt. Das ist schon scheiße. Das ist echt nervig ey. Das hatte ich in der ersten Mission nicht, dass er hier die ganze Zeit reingerannt hat. Also, beim ersten Mal. Das machst du doch endlich kaputt. Kann doch nicht sein, meine Güte. Eure Beliebtheit steigt. So. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Wir benötigen Gold. Wir sind bereit. Wir haben gesagt, wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. So. Wir stehen zu Dienst. Blühen tun wir jetzt nicht wirklich. Ist das jetzt sein Ernst? Der Größte bin ich auf jeden Fall. Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Aber sonst wäre ja langweilig. Wir stehen zu Dienst. Greift an Brüder! So, ein Sultan wird jetzt getötet. Aber der hat ja eh schon nichts mehr. Ich hab's nicht mehr in den Schlagen. Die Oase des Sultans beginnt mit der Oase des Sultans. In der Oase des Sultans beginnt. Die Oase des Sultans beginnt. Eine Nachricht vom Sultan. Wir lieben zwei getrauern über den Verlust des Sultans. Und los! Und los! Alfa des Sultans. so wir sind nicht vom sultan alle müssen den schlaf der alten schlafen so auch der arme sultan ihr verlangt viel eine nachricht von richard löwenherz gute arbeit wir schauen ein erträglicher verlust ballert er auf uns ich glaube der ballert auf uns es werden rekruten benötigt sein so und da wir rabiert sind müssen wir sind bereit saladin einfach töten einfach brauchen wir einfach katapulte einfach hoffen wir sind bereit es werden waffen benötigt sein ich bin auf dem weg der lagerungsgeräte bermannt eine nachricht von richard löwenherz das ist irgendetwas mann versorgungskaravane ist eingetroffen ich danke euch mal alle bewahrt unser werkzeug ist bereit katapult bereit katapult bereit so gut wie erledigt ist hier ein katapulte nur noch ein jähiger 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 was soll das da kaputt machen katapult bereit so gut wie erledigt die waffenkammer ist voll ist gut klicken wir nachschub es werden waffen benötigt sein katapult bereit so gut wie erledigt eine nachricht von saladin wo ist denn das dritte katapulte geworden oh das ist du musst du mal einfach machen einfach durch jetzt mal einfach durch jetzt mal Und die erste Eingrassung, mal gucken, weiter Feuer, das Feuer da ist schon mal echt riesig, immer schön hoch, immer schön hoch, und weiter, wir machen sie mal kaputt. Wir gucken auch mal schaffen, na nicht ganz. Kommt aber schon die zweite an, was wäre der jetzt? So, direkt wieder hin, ja die werden aber nicht reichen. Die werden auch nicht reichen. Es werden Rekruten benötigt sein. Das Vorratslager ist voll, my lord. Bravo. Vielleicht schaffen wir es mit denen durch, muss man mal schauen. Das Feuer hat uns halt ein bisschen eingesetzt. Komm, Richard, wir müssen angreifen. Wir müssen angreifen, Richard. Schön auf den Lord drauf. Und los. Scheiße. Niedergeschlagen. Kommt da ja schon der Richard, schön auf den Lord drauf. Schön auf den Lord drauf. Dann machen wir es halt mit Mäugelmöldern. Die nehmen wir auch noch einfach mit. Die Waffenkammer ist voll. So, jetzt kann er wieder Wildtruppen produzieren. Jetzt gehen wir auch noch hin und machen seinen Kornspeichelträcht. Komm schon, arabischen. Können halt nicht so viel wie die normalen. Also, hier ist wie der Tag ein Dörr im Haube. Na, das ist schon der Verreckt ist auch im Gehen. Beziehungsweise ist gar nicht erst mitgelaufen. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Wir folgen euch Herr. Nina mit dir... Eine Nachricht von Saladin. Jetzt hat er gar keine Goldmölder. Das ist fast schon. Ach, Saladin. Ich habe doch noch nicht mal angefangen. Ich komme doch jetzt erst, Saladin. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Wir stehen zu diensten. So, dann geht es jetzt hier weiter. Eine Nachricht von Saladin. Wenn ich mich so umsehe, fühle ich mich nicht besonders wohl. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Na. Meine Berütteln. Jeder da kaputt macht. Genau. Das sind meine normalen Bogenschutz-Anschneide-Torfläge. Das Vorratslager ist voll, Saladin. Eure Beliebtheit steigt. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Das ist mal eine unkoordinierte Belagerung. Ja, ja. Das ist Maus und Luft, das ist wie das. Es werden Waffen benötigt sein. Dreif mal besser an, dann haben wir vielleicht Luft, das ist wie das. Aber ja, also... So. Al-Pasar-N-Sar-I-R. So. Al-Pasar-N-Sar-I-R. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir haben Rekr. Zum Nuller Punkt. Nachlor. Oh. Eine Nachricht von Saladin. So. Hier geht's. Da sind wir schon durch. Die Fände schon durch. Eine Nachricht von Saladin. Ihr seid meinen Kräften wahrlich nicht gewachsen. Gebt auf, mein Freund. Ah, da ist wieder Feuer. Verdammt, die Scheiße. Einer für an alle. Komm einfach hoch. Eine Nachricht von Saladin. Ihr seid meinen Kräften wahrlich nicht gewachsen. Ja, endlich. Gute Sache. So. Ich hoffe, die hat euch gefallen, die Folge. Eine Nachricht von Saladin. Ich mein, hat das ein bisschen gedauert zum Ende hin zum Saladin. Aber mein Gott. 81.000 Gold hat der geschiffelt. Na egal. Nächste Folge seht ihr dann mich gegen drei Wolf. Da hab ich eigentlich jetzt schon gar keinen Bock drauf auf die Mission. Aber mein Gott. Muss auch gemacht werden. Bis dahin. Euer Malta.